Hey Leute, David von iDesignish hier. So, tut mir leid, dass ich jetzt lange kein Upload mehr hatte. Ich wollte halt nicht der Typ sein, der jetzt jede Woche irgendwas hochlädt von wegen Fame oder sowas. Deshalb, ja, echt sorry, dass es so lange gedauert hat. Auf jeden Fall zeige ich euch mal ganz kurz heute in Tutorial. Und zwar Dragon Ball Super ist ja schon noch weiter zu Ende. Zumindest das Super, das japanische O-Ton. Ich zeige euch doch mal trotzdem, wie ihr diese Dragon Balls erstellen könnt. Es geht auch relativ schnell. Und ja, sieht auch nett aus. Machen wir jetzt erstmal eine Kugel. Da die Segmente stellen wir bei Objekten mal ein bisschen hoch auf 100. Äh, Quatsch, auf 100. Damit es ein bisschen runder ist. Dann gehen wir hier auf Basis und machen X-Ray. Gehen wir drauf, damit es durchsichtig ist. Jetzt machen wir einen Stern. Und zwar gehen wir hier auf das Blind Tool. Nehmen einen Stern. Ich werde euch erstmal zeigen, wie wir ungefähr eine beziehungsweise zwei Kugeln machen wollen. Weil eigentlich den Rest könnt ihr selbst machen. Es ist im Endeffekt dasselbe. Also auf Stern geht ihr hier auf Objekt. Könnte ich hier die Punkte auswählen. Das heißt, wir gehen hier auf ungefähr auf fünf Punkte. Und dann machen wir das ein bisschen kleiner. Das heißt, ungefähr so. Dann rotieren wir es nochmal. Das ist ein bisschen, dass es auch sehr mittig aussieht. Also nicht mittig ist, sondern gerade ist. Ungefähr so. Drin ist ein Stückchen. Und nehmen hier bei unserem NURB-Werkzeug. Nehmen wir das. Nicht NURB, sondern doch NURBS. Nehmen wir LOFT. Nicht das, sondern LOFT. Quatsch. Extrude. Sorry. Ich war woanders. Und den Stern packen wir jetzt Extrude. Extrude. Und extrudieren wir das ein bisschen kleiner machen. Und die Distanzen ein bisschen kleiner. Ungefähr. So bei vier würde ich sagen. Vier ist okay. So. Dann mittlere Maustaste. Dann haben wir hier die rechte Ansicht. Gehen wir auf Spline. Auf Quatsch. Nicht Spline, sondern das Spline-Werkzeug. Und nehmen uns den Stift. Und machen uns erstmal ein Lightroom. Das heißt, machen wir uns sowas hier. So ein rechtwenkliges Ding. Und rechte Maustaste. Dann haben wir das rechte Maustaste und Punkte hinzufügen. Punkte erzeugen. Das heißt, wir machen dann hier einen Punkt. Und da oben einen Punkt. Und dann gehen wir hier auf das Spline-Objekt. Und gehen von Typ auf Base-Spline. Damit es hier so eine Runde Gänge gibt. Mittler Maustaste wieder. Zentralperspektive. Und gehen wir in unser Objekt-Werkzeug. Unser Live-Selection-Tool. Und ziehen wir das erstmal ein bisschen zur Seite. Dann drehen wir mal einfach die Ansicht. So. Und dann drücken wir C und V. Und werden das... Ähm... Kopieren wir das mal. Und... Das kopieren wir. Das ziehen wir uns einfach mal ein bisschen weiter weg. Und nehmen wir jetzt das NERV-Werkzeug und gehen in Loft. Und nehmen wir zwei Splines hier. Und ziehen jetzt das Loft rein. Das heißt, jetzt haben wir die zwei verbunden. Können wir die noch ein bisschen weiter auseinanderziehen. Das heißt, gehen wir hier an den Spline. Ziehen wir es da hin. Und den anderen Spline... Na, wenn du mal aus das da... Oder beziehungsweise rauszoomen. Und können wir ein bisschen weiterziehen. So. Das ist auch schon mal okay. Können wir auch ein bisschen ranzoomen. Dann wählen wir die Kugel an. Drücken STRG. Und wählen Stern an. Und Extrudieren an. So, dass es halt auf... Dass es halt hell ist. Dann drücken wir Alt und G. Dann ist es kopiert. Und nennen es mal Dragon Ball. Und können das jetzt etwas nach unten ziehen. Und machen das natürlich auch ein bisschen kleiner noch. Machen wir das ungefähr so. Dann erstellen wir uns den Boden. Das ist in dem so einen wie bei Kami. Quasi wie auf der Plattform Magot. Machen wir so ein... Oder beziehungsweise wie im Ring damals. Kennt ihr sich vielleicht bei Dragon Ball. Diese Platten quasi. Und dieser Ring. Da nehmen wir uns erst mal ein... Also Objekt. Dann nehmen wir hier uns einen Zylinder. Machen wir den etwas kleiner. Und ziehen erst mal so groß wie wir haben wollen. Ungefähr. So groß wie die Plattform sein soll. Rechnen wir das Taste oben an Sicht. Dann haben wir ein bisschen mehr Kontrolle. Ich denke mal... Ja, so ist schon in Ordnung. So ist es in Ordnung. Ja, so ist es in Ordnung. Dann wählen wir uns... Also nochmal aufs 3D-Werkzeug. Dann quasi den Würfel. Den Würfel machen wir kleiner. So ungefähr wie die Platten. Das heißt, gucken wir mal 10 mal 10. 10 ist ein bisschen wenig. Machen wir mal 50. Mal 50. Mal 50. Das könnte okay sein. Das heißt, dann wählen wir uns die Motion Tracker. Abs, nicht Motion Tracker, sondern MoGraph. Wählen uns Clone an. Und packen den Würfel ins Clone Objekt. Und dann Clone Objekt. Wählen wir hier bei Modus. Geht er aus. Dann Anzahl. Das mittlere ist die obere. Die ist von der Achse oben da unten. Wollen wir halt nur einen haben. So, also das heißt, ihr geht auf Anzahl auf 1. Dann rechnen wir uns das wieder oben Perspektive. Dann zieht ihr es ein bisschen in die Mitte. Und macht bei der Größe, verschiebt es so von der Größe her, dass es etwas über dem Rand herausragt. Also quasi sowas. Und dann das hier. Die, also vordere und hintere Reihe. Machen wir auch ein bisschen. Okay. Schieben wir es natürlich in der Mitte, sodass es einfach mittig ist. Und etwas weiter. Ich denke mal, so ist das okay. Und dann werden wir Anzahl natürlich etwas erhöhen. Das heißt, Rechnen machst du jetzt wieder Mittelperspektive, Zentralperspektive. Und natürlich sind das ein bisschen viel Anzahl. Anzahl erhöhen wir jetzt so lang, wie es euch gefällt. Quasi so. Okay, das ist ein bisschen viel. So ungefähr. Dann die Anzahl machen wir auch 15. 15. Ja, ist gut, super. So, dann ziehen wir das runter. Dass das etwas über dem Zylinder steht. Dann nehmen wir uns Bool-Tool. Das heißt, wir nehmen unser, wieder unser, na, unser Werkzeug hier. Und nehmen wir auf Bool. Das heißt, ausschneiden. Den Kloner packen wir rein. Und den Zylinder. Auch. Voila. Gehen wir mit Bool auf, also gehen wir hier auf den Bool-Typ. Können wir entscheiden, wie der den ausschneidet. Dann gehen wir auf A-B ausschneiden. Also A geschnitten B. Und voila, hat er jetzt den Kreis ausgeschnitten. Also als Kreis ausgeschnitten, dass wir jetzt die Klone haben. Nur als Kreis. Und so haben wir es jetzt. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir noch unseren Rand. Das heißt, wir gehen wieder auf unser Werkzeug hier, 3D-Werkzeug. Nehmen wir einen Ring. Und den Ring machen wir uns etwas kleiner, so dass er etwa so die Größe hat. Dann rechte, mittlere Maus das wieder, oben Herpektive. Und ziehen wir das in die Mitte. Und machen, so gehen wir hier auf unser Skalier-Werkzeug und skalieren das einfach nach außen hin. Und ziehen das dementsprechend auch ein bisschen in die Mitte, so dass es passend aussieht. Ich denke, so ist doch in Ordnung. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Mittlere Maus das wieder, Zentralperspektive. Und einfach nach unten ziehen. Ich denke, so ist doch in Ordnung. Ja. Dann gehen wir hier auf unseren Ring, weil das ist natürlich noch ein bisschen sehr kantig. Das heißt, wir gehen bei Segmenten hier, gehen wir etwas auf, ja, nehmen wir mal 90. Das ist einfach gerade. Das ist einfach sehr, nicht eckig ist und kantig ist. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal, fangen wir an Licht zu machen. Das heißt, wir gehen hier auf unser 3D-Werkzeug, nehmen wir uns Ebenen, nehmen wir uns ein Klonus wieder. Das heißt, wir nehmen MoGraph Cloner, gehen in unsere Ebene, packen den Cloner rein. Und bei Clone gehen wir wieder auf Gitter, Modus Gitter, Anzahl 1. Und die Größe ziehen wir jetzt ein bisschen raus, sodass es einfach so aussieht wie so ein Brett quasi. Machen wir das ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist ja in Ordnung, so ist schon gut. Und ziehen das ein bisschen raus. Gehen hier unser Material Area, Doppelklick und machen es leuchten. Das heißt, wir gehen Farbe weg, Reflexion weg, Transparenz auch, leuchten und gehen auf 200 und machen es weiß. Dann Material und legen es auf die Ebene rauf. Dann ziehen wir die Ebene nach oben, so ungefähr. Und dann machen wir uns Materials für den Rest. Das heißt, wir machen uns weiß. Ganz klassisch weiß. Da, ob es quatschen, hier leuchten nur eine Farbe. Das heißt, wir machen unsere... Na, deutsche Worte habe ich vergessen. Da haben wir unsere Fliesen. Da haben wir es. Machen wir weiß. Gehen wir auf Reflexion. Auf hinzufügen. Machen wir irgendeine Reflexion rein. Ist egal, welche. Machen wir die Helligkeit, stellen die bisschen runter. Ich würde sagen, auf 10. Und schmeißen das auf die Zickel. Das heißt, auf unseren Würfel. Okay. Cloner. Na. Oder eventuell sieht man es einfach nicht. Dann machen wir es so. Ah, wunderbar. Jetzt hat es. Okay. Ah, auf der Zilinde. Okay. Dann Cloner können wir rausnehmen. Dann nächsten Schritt. Geben wir Doppelklick. Die Farben machen wir diesmal orange. Für unseren Rand. Der ist ja quasi so ein bisschen orange. Und Reflexion. Wieder eine Spiegelung rein. Machen wir diesmal wieder so, ja, ungefähr 10. Und klatschen diese auf den Ring. Voilà. Jetzt machen wir unser Dragon Ball. Das heißt, wieder Material erstellen. Die Farbe machen wir orange. Das heißt, ungefähr so orange. Ton. Und dann Reflexion. Dann Reflexion. Dann Reflexion ausstellen. Die Farbe, quasi so, wie das Licht absorbiert wird, machen wir etwas orangefarbig. Und dann gehen wir hier bei der Distanz ungefähr auf 600. Versuchen wir mal gucken, wie es aussieht einfach. So, und das werden wir jetzt auf die Kugel machen. Nicht auf die Dragon Ball, sondern nur auf die Kugel. Na, wunderbar cool. Na, wunderbar cool. Ok. Und dann placesion und Global Illumination. cm, da machen wir auch sinnvoll. Wie das ist switched-issez plot, bro archives. Im Moment. Das ist alles klar und jetzt werden wir da auch noch mal gegenseitig einschnecken. In einen anderen. Insofern wird es couleur an der Metafone geben mit dem Video in Dünya hineingai that45. Sondern da берen Sonne, da ist alles klar, da können daкое Ind& Warhol Und dann Adoles 나는 déjà sponsert. Also hier payments den Blumen nach unten. dann in transparenz gehen wir ungefähr hier mal machen wir ein bisschen dunkler bisschen mehr als orange rein okay das sieht schon mal ganz okay aus und dann machen wir eventuell die observation vielleicht doch ein bisschen niedriger machen wir mal 400 400 ja ungefähr hat 400 schauen wir es aussieht und bevor was vergessen noch mal der hintergrund der weil gerade grau den geben wir natürlich eine farbe das heißt farbe nehmen beweis und bei der spiegelung natürlich auch ein bisschen weiß das heißt nehmen wir dann mal die härtlichkeit ungefähr machen wir auch zehn ist okay dann ziehen wir es auf unser hintergrund und dann was noch mal ganz gut so an sich sieht das schon mal ganz gut aus ist es sehr gelb wegen dem also ich sieht man auch orange gelb ist es deswegen nun nicht deswegen schauen wir mal ganz kurz noch mal rein und zwar wo gehen wir hier in die zentralperspektive ziehen ein bisschen raus und zwar ziehen wir das licht ein bisschen nach oben das heißt nehmen wir hier unseren kloner mit der maus das und damit welche die aktien haben und ziehen das aber ein bisschen mehr oben heißt ich denke mal so ist in ordnung und dann versucht man es aber noch mal was natürlich cool ist ihr könnt jetzt einfach das orange mal nehmen und damit es aber noch ein bisschen besser aussieht nicht so plastik mäßig heißt bei reflektivität stellen wir okay bei wo haben wir das spiegel na das weiß nur glänzlicht habe ich da keine spielung rein gehabt ach doch das war okay gemäß hier das ist das orange für den ring das heißt bei reflektivität gehen wir auf die helligkeit 100 und machen dann einfach relief rein das heißt wir gehen dann von wann das textur gehen wir auf fenel sieht noch mal cool aus und bei den fliesen hier ich denke das ist das hier okay wunderbar oder es ist das und zwar sind das die fliesen hier sind die fliesen hier doppelklick und machen wir dasselbe im grün 100.000 und aber katsch auf 100 und textur nicht fusion sondern da oben haben wir es und dann gehen wir auch bei der helligkeit machen wir ein bisschen runter schauen wir mal wie es aussieht wie das ist ganz gut aus so mal ein bisschen rein und rennen war und voila jetzt sehen wir schon mal der die kuh sieht man ganz gut aus weil wir hatten jetzt das licht immer weiter oben nach oben getan für mich findest du ganz cool aus so wie ein dragon ball vor allem das mit mit den franel hat die einfach sich noch mal der boden die spiegelung und auch der rand hier sieht noch mal viel cool aus meiner meiner meinung nach das heißt an sich lass es so und das heißt wenn ich die anderen drängen jetzt macht dann geht ihr auf drängen mal drückt c und v dupliziert es dann zieht es etwas daneben dann duplizierte den stern einfach nur heißt c und v erst der g cnv und zieht ihn wieder dann wohl genau zieht ihn dann hier das extrude zieht ihn wieder unter das dragon ball rein das ist wieder hier in euer gruppe passt und dann zieht ihr die einfach die den stern einfach ein bisschen nach außen so dass es dann so ist und wo ich gerne mal so und der zweite stellen ist ein bisschen versetzt das heißt der erste weiter unten ich denke so ist das und dann rennen wir das einfach normal beziehungsweise was wir jetzt auch machen damit es noch mal ein bisschen stark struktur drin hat wir gehen unseren boden rein hier und suchen uns einfach beim relief eine textur aus das heißt wir gehen hier beispielsweise bildladen könnt ihr euch irgendwas googeln oder sowas ich habe ja verschiedene texturen hier und gehen zum beispiel auf was haben wir hier beispielsweise auf ja irgendwas bumpiges was halt nach boden aus boden aussieht das heißt so was sie beispielsweise schon mal es könnte ein bisschen extrem sein das heißt dann gehen wir doch was anderes bildladen gehen auf texturen gehen auf wir haben nämlich boden auch und zwar und haben hier verschiedene dinge deswegen gehen wir hier sowas und schauen wir mal dunkel müssen extrem aussehen ich glaube es ein bisschen extrem schauen wir mal ja okay wie ihr sehen könnt ist halt ein bisschen viel geworden das heißt ihr könnt ihr jederzeit noch mal die stärke runter drehen ich habe es kurz nicht dort die stärke sondern richtung 0 das heißt wir gehen ungefähr mal auf 1 will ich sagen also auf 2 ich denke es ist okay so ansonsten war es damit was nicht lang machen ist schon 20 minuten rum das heißt macht einfach so viel wollte also quasi die ganzen dragon wars durch ihr habt 1 2 ihr könnt dann wie gesagt weitermachen 3 4 5 6 7 und so weiter und ansonsten gibt mit daumen hoch wenn es euch gefallen hat ich habe jetzt das blut du die habe ich jetzt ganz neu als mikro deswegen sagt man bescheid wie ihr das findet ansonsten ich bin so ein bisschen noch angucken wie ich das mache mit meinen aufnahmen das heißt das am besten klingt könnt mir feedback sagen was er davon halte ob ich das wie ich das einstellen soll vielleicht gibt ist da bestimmt einstellungen die ihr besser kennt als nicht keine ahnung deswegen schreibt uns einfach in kommentare ansonsten würde ich sagen bis dann haut rein und ciao aus